Hi, Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich etwas, worauf ich schon länger gewartet habe. Blantons. Blantons. Also, kommt aus der Distille von der Buffalo Trace, also Frank Fort, mit F-O-R-T, Kentucky. Das ist jetzt unser erstes Single Barrel Bourbon der Welt. Also 1984 kam die auf diese Idee, dieses Premium, also Entschuldigung, Ultra Premium Produkt auf den Markt zu bringen. Gut, Vorgeschichte, in Japan waren sie absolut verrückt, nach Whiskys, auch Bourbons, und da waren sie bereit, jeden erdenklichen Preis zu bezahlen für etwas, was noch exklusiver, noch besser ist. Und bevor man etwas nach Japan schickt und das irgendwie für 30 Dollar verkauft, warum verkauft man das nicht für 80, 90 Dollar, 100 oder noch mehr? Und da, 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 Ultra Premium Bourbon wurde geboren. Das haben sich sowieso immer wieder gemacht für sich, auch Weihnachtsgeschenke und so weiter. Das war in dieser Distille nicht ungewöhnlich. Ähm, Gäste kamen dann da hin und da hat man dann mit dieser wunderbare große Pinzette praktisch da, ne Pinzette ist es nicht, dieses und dann probiert direkt vom Fass und alle waren begeistert und ab und zu mal haben sie für wichtige Menschen aus der Politik und so weiter dann extra Abfüllungen gehabt. Und da kamen sie auf die Idee, das endlich 84 dann da anzubieten. Blantons wurde praktisch von Colonel Albert Bacon Blanton geboren, also 1881, denn auch mitgestartet. Und er starb 1959. Eine ganz typische Nicht-Teller-Wäsche. Er fing an, ähm, wirklich aus Büro-Boote, Büro-Junge zu sein. Hat sich hochgearbeitet innerhalb von wenigen Jahren, dass er die ganze Lagerhalle dort auch eine Übersicht hatte und wenige Jahre später, also schon im Jahr, wenn ich es richtig gelesen habe, 1921 war er dann da Präsident, also der, ähm, Geschäftsführer von Blantons. Unter seiner Führung wuchs die Anzahl der Lagerhäuser von 44 auf 144. Und das ist unglaublich. Ich möchte gerne schon was probieren. Und, ähm, ich erzähle gleich ein bisschen was zu diese wunderschöne, interessante Korken. Stopp, stopp, whoops, ja genau, habe ich vergessen. Ein bisschen Zeit hat hier zu atmen. Also, was wir hier haben, ich weiß nicht, ob ich das gut hier zeigen kann. Oh, ich hab S. Hier haben wir eine Figur. Diese Figur ist, ähm, Colonel Blanton, angeblich, auch sein Pferd. Und wenn man hier schaut, gibt es da ein S. Also, es gibt natürlich auch ein B und ein L und ein A und ein N und ein T und ein O und noch ein N. Und es gibt eine Blantons. Also, man sollte jetzt hier die verschiedenen Flaschen kaufen, damit man gerade eben diese verschiedenen Korken hat. Und das machen manche Leute, tatsächlich. Das ist echt aberwitzig, finde ich, dass sie es so tun. Ähm, das wurde mit einem Wachs. Ähm, man musste den Wachs dann da aufbrechen, damit man da reinkam. Ich hab's versucht, auch zu bewahren. Da war auch noch diese wunderbare kleine Plastikteil dann dazu. Das war zum Aufreißen gedacht. Also, das war schon eine interessante, ähm, Erfahrung, das so zu machen. Und wenn man die Flasche anschaut, ich habe hier zum Beispiel every, sorry, each bottle is recorded with the master registration, registrar, sorry, at Blanton Distillery. The registered bottle is number 181. Also, mit der Hand wurde hier aufgeschrieben, Flasche 181. Und da haben wir hier, ähm, this bourbon whiskey dumped. Also, das wurde dann jetzt hier, ähm, abgefüllt. Also, von den Fässern raus. Ähm, ähm, am 24. August 2015. Also, fast ein Jahr her. Und das war im, ähm, Fass Barrel 71. Warehouse. Also, ich hab nichts anderes als H gesehen. Ich glaub, alles kommt aus der Lagerhalle H. Und, ähm, der, ähm, Colonel Blanton hat damals gesagt, liebe Leute, war Lagerhalle H Center Cut. Center Cut heißt nicht ganz oben, nicht ganz unten, genau in der Mitte. Das sind die Fässer, die ihr nehmen musst, denn die reifen am besten. Und, ähm, das haben wir Rick. Also, Stufe 39. Und es wurde jetzt hier abgefüllt, ähm, bei 93 Proof. Also, 56,5%. Das wird immer so gemacht. Ähm, es wird, ähm, gefiltert. Und dann mit der Hand abgefüllt. Und, das hier, Single Barrel, ist immer dann da bei dieser, ähm, 93 Proof. So, sehr, 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 tolles Zeug. Ähm, werde ich gleich nochmal hier sagen und probieren. Was ich aber habe, ist auch noch ein Gold. Uhuhuhu. Gold ist ein bisschen anders. Das wird sogar bei 51,5% abgefüllt. Ein Video hab ich dazu gedreht. Man merkt, die Flasche ist ein bisschen anders. Die kriegt man in den Vereinigten Staaten gar nicht. Man muss im Ausland fahren, um amerikanische Bourbon zu kaufen. Schwachsinn. Aber, ist das so, irgendwie gewollt und gemacht. Und, das ist okay. Es gibt noch eine grüne Flasche. Die habe ich nicht. Die wird nur mit 40% abgefüllt. Und, es gibt noch eine, ähm, von Bourbon. Von Blanton's. Das werde ich auch nachher testen. Das ist Fasg. Ähm, Fassstärke. Okay. Gut. Nase hat genug Zeit. Lass uns hier schauen. Uhuhu. Mild. Kaum Alkohol. Viel Eiche. Ein bisschen Mais. Oh, wow. Das ist gut. Oh, jetzt kommt ein bisschen Alkohol. Also, seitlich muss ich rein. Ich finde es immer witzig, oder ich habe es immer witzig gefunden, dass die Leute links und dann rechts, und manchmal kann man tatsächlich mit einer Nase Flügel besser riechen als mit dem anderen. Und, gerade eben jetzt, von bei rechts, mehr als bei links rüber. Hm. Vielleicht bin ich ein bisschen verstopft. Vielleicht habe ich ein bisschen was, ja, bessere Rezeptoren, keine Ahnung. Sehr, 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 sehr angenehm. Also, Drama Day, also kann ich auch sehr empfehlen. Hat einmal gesagt, es riecht ein bisschen wie, ähm, Zuckerwatte. Hat ein Candy. Ähm, in Britain nennen sie es anders. Hat ich vergessen. Fairy? Ach, leider, nicht richtig. Oh. Ah, das ist so ein Bourbon, den ich einfach daran riechen kann, über Stunden hinweg. Also, lass uns einfach mal hier das schauen. Also, ihr könnt vielleicht das sehen, wie die langsam die Beine sich da bilden. Also, absolut, wow, mein Gesicht sieht doof aus da drin. Absolut, ähm, sehr gut, sehr, sehr harmonisch. Ah, wow. Hm, freu mich. Wow. ein bisschen mehr Pfeffer am Ende. Am Anfang kommt es rein. Mais, also diese Bourbon, diese Holz, diese, bisschen so genüssig. Also, jetzt sollte ein bisschen mehr Roggen auch drin haben, aus, ähm, vieles andere, was ich so kenne. und dann, Pfeffer, Abgang, mild, hm, süß, Caramel, wow, gut. Also, die, umdrehungen jetzt hier, also, 46,5%, spürt man, ist ein bisschen mehr als 40%, muss ich sagen. Also, die Flasche ist cool, oder? Eine Handgranate. Also, das ist hier richtig, richtig eine tolle Sache. Ähm, kann man in die Hand nehmen, abziehen und werfen. Nein, ist es nicht so gedacht. Aber wer weiß, woher diese Flasche, aus so, ist denn da, als Idee kam. Hm, absolut gut. was sehr, 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 sehr schön dabei ist, ist absolut null, also, absolut gar nichts hier in der Nase, was irgendwie nach, ähm, diese, Klebstoff, erinnert. Gutes Zeug. sehr ausgewogen, in der Mund, nicht so stark, am Anfang, kommt es rein, entwickelt sich, entfaltet sich, Abgang komplex, gehen verschiedene Schichten durch, vom Mais, hin, dann zu Eiche, bis hin zu ein bisschen Karamell, wieder bis zu süß, bis zum Pfeffer. Am Ende bleibt mehr Mais, also süß, da am Ende zurück. Absolut gut. Allerdings, ist nicht ganz, ganz billig, das Zeug. Also, man muss ein bisschen für die Single Barrel bezahlen, also, wir reden von 45 bis 50 Euro, pro Flasche. Ähm, das ist ein bisschen mehr, als das ich gerne bezahle, um einfach abends, denn zu genießen. Das ist da, wo ich das rausbringe, wenn ich meine Freunde da haben, wenn ich mir was gönne, zu feiern. Es ist super. Es ist gut. Es ist zu empfehlen. The Original Single Barrel Bourbon Whiskey Blantins. Also, im Mund, 1 minus. Wenn ich gerne ein 1 haben möchte, jetzt bin ich ein bisschen kritisch einmal, da hätte ich gerne noch ein kleines bisschen mehr Eiche gehabt. Ich. Also, Whiskey Erste Sicht eines Amerikaners namens Jason. Könnte ein Tick mehr sein. Also, hätte man ein bisschen länger sein. ähm, da sind schon, ähm, White Oak, also, Weicheichenfässern, ähm, Number 4, ähm, Number 4, Charled, Charled, also, die wurden zum höchsten Brennstufe dann da angebrannt. Und da haben wir unser Mais, da haben wir unser Roggen, da haben wir unser Malz da drin. Aber irgendwie ein kleines bisschen mehr hätte ich das gerne gehabt. Finde ich. Also, ähm, da bin ich gespannt, wie die anderen Bourbons, ähm, von Blanton sich auch schmecken werden. Ich habe noch drei, die ich probieren darf in den nächsten Tagen. Und vielleicht werdet ihr auch eine bessere, eine andere, eine, ähm, Meinung haben, was einfach das Beste zum Ausdruck bringt. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Blanton, Singobeo, eine Nase, sehr, sehr gut. Mund auch. Aber nicht exzellent. Gut, sehr gut. Eins minus. Das ist meine Meinung. Okay. Dann bis demnächst. Jason hier. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020